Die Familie der Rachenblütler oder Braunwurzgewächse ist molekularbiologisch überarbeitet worden und viele der enthaltenen Gattungen wurden in andere Familien transferiert. So zum Beispiel auch die Plantagina C, die wir hier deshalb mit einem wichtigen Vertreter vorstellen möchten. Trotzdem findet man in der Bestimmungsliteratur häufig noch die alte Einteilung. Das Erkennungsmerkmal der Rachenblütler ist die oft stark zygomorphe Blüte. Die Krone ist vier- oder fünfzählig und die Kronblätter sind miteinander verwachsen. Häufig findet man am vorderen Kronblatt einen Nektarsporn oder eine Aufwölbung. Diese Veränderungen weisen auf eine besondere Bestäubungsbiologie hin. Ein Insekt, das die Blüte bestäuben soll, muss eine Rüssellänge haben, die zum Sporn passt. Eine andere Besonderheit ist die Aufwölbung, die auch Maske genannt wird. Um diese Maske bei der Bestäubung herunterzudrücken, muss das Insekt ein gewisses Gewicht aufweisen. Bei schwergängigen Masten ist das auch nur bei schweren Arten, wie etwa Hummeln, möglich. Die Früchte der Braunwurzgewächse sind Kapseln aus zwei Kapellen. Unter den Nutzpflanzen der Scrofularia C finden wir nur Heilpflanzen. Wie bekannt ist es der Fingerhut der Gattung Digitalis. Er enthält Herzglykoside. Diese machen den Fingerhut aber auch zu einer Gefahr. Der Verzehr kleiner Mengen der Pflanze, die auch oft als Tierpflanze in Gärten anzutreffen ist, führt schnell zur Vergiftung bis hin zum Tode. Nach der neuen Systematik wird der Fingerhut der Familie der Plantagener C, den Wegerichtgewächsen, zugeordnet. Eine häufig zu findende Gattung ist Veronika, der Ehrenpreis. Während die Gattung recht schnell zu erkennen ist, muss die Pflanze für die Artbestimmung genauer untersucht werden. Ehrenpreis ist kleinwüchsig und hat meist blaue Blüten. Diese erscheinen vierzählig, da zwei Kronblätter verwachsen sind. Die Staubblätter sind bei Veronika auf zwei reduziert. Die Blattstellung ist gegenständig und die Laubblätter sind ungestiehlt. Allen bekannt sind auch die Sommerflieder der Gattung Budleia. Der Schmetterlingsflieder, Budleia da WDI, ist in vielen Gärten als Zierstrauch zu sehen. Ursprünglich stammt er aus Asien. Da er den Status der reinen Zierpflanze verlassen hat und sich auf Brachflächen und Böschungen etabliert hat, wird er als Gartenflüchtling bezeichnet. Er ist an den großen, traubigen Blütenständen aus vielen kleinen, vierzähligen lila Blüten zu erkennen, deren Kronblätter zu einer Röhre verwachsen sind. Viele Arten der Gattung Verbaskum, der Königskerzen, werden als Heilpflanzen verwendet. Königskerzen haben meist gelbe, fünfzählige Blüten, deren Kronblätter an der Basis verwachsen sind. Zu den Plantagina C. gehört der häufig anzutreffende Wegerich. Sind die grundständigen Blätter in einer Rosette so lanzettlich wie hier, handelt es sich um den Spitzwegerich Plantago lansiolatum. Sie sollten wissen, dass diese Pflanze verdichteten Bohnen bevorzugt und deshalb häufig an Wegrändern oder auf den Mittelstreifen zu finden ist. Die unscheinbaren kleinen weißen Blüten stehen als irriger Blütenstand am Ende eines langen Blütenstandschafts. Aufgrund seiner Inhaltsstoffe wie Gerbstoffen, Irodoide und Schleimstoffe ist der Spitzwegerich eine wichtige Arzneipflanze für Atemwegserkrankungen und Wundheilung. Besonders die antibakterielle Wirkung machte den Spitzwegerich zur Arzneipflanze des Jahres 2014. Bis zum nächsten Mal.